Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Markus. Heute spielen wir auf der Seite Vulkan Vegas in das Spiel Lucky Girls. Alle Links können Sie in der Beschreibung finden und versuchen wir unser Glück heute. Super, 3 Euro. Kleines Gewinn, aber es geht für mich. Was haben wir noch? In diesem Spiel sind die Wilds sehr super, weil sie noch ein Freispiel geben. Ich mag solche Spiele, weil man mehr bekommen kann. Ja, 3 Euro. Ja, nichts hier. Ja, 2 Euro. Versuchen wir der thematische Drehung gehen und schauen wir mal an, was wir hier gewinnen können. Ja, oh. Hier ist ein Wild und jetzt haben wir noch ein Freispiel. Super, noch einer Wild. 200 Euro! 2 Wilds! Ja, das geht. Und hier haben wir noch ein Freispiel, ja. Noch ein 150! Mann, was ist das denn? Ja, wir sind heute sehr glücklich. Wie viele Drehungen gehen denn? 5 oder wie viel? Und wir haben schon 300 plus Euro gewonnen. Über diese Gewinne sage ich ihnen. Die alle, die, 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 die Runden, die wir verloren haben, sie sind scheiße egal. Keine, ich habe keine Ahnung über diese, weil wir jetzt in einem großen Plus sind. Danke, dass ihr heute mit mir waren und sehen wir uns noch in dem nächsten Video.